Willkommen zu Let's Play Slasher Boy Ja, wie man sehen kann, sehen wir, sind wir ein kleiner Michael Myers ähnlicher Typ Und das ist ein Jump'n'Run Spiel Long-Head Asian Ghosts Beyond This Point Und, ähm Wow Upstabben, upstabben Wir sind anscheinend irgendwie so, ja, so eine Art Michael Myers Wir müssen halt gegen ringige, grudschige Gegner kämpfen Oh, Mann Ah Äh Die Toten sollen dich in ihren Reihen willkommen heißen Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das etwas Gutes ist Leider fehlt dem Ganzen doch sehr musikmäßig One Step to Far, Lead Six Feet Under Ungefähr so Das ist ein Safe Point, das ist gut Ja, ja Oh, shit Also, Ghost So Ah, nein Verdammt nochmal Irgendwie muss ich bei diesem Spiel ziemlich stark an Castlevania denken Hauptsächlich wegen dem Sterbefaktor durch die Abgründe Abstechen Ah Nicht, nein Böser Geist Weg, weg, weg Jump'n Yeah Oh Ja, Springkopf, springen Ich habe mich schon gesehen Du durchgeknallte Irre What the fuck Ähm Ja, irgendwie merke ich gerade Hätte ich, glaube ich, hier nicht runterspringen sollen Game over Fuck Pixel Rebirth Slasher Boy Ähm Wer zum Teufel ist eigentlich der, der da hängt Naja, soll mir auch gut egal sein Versuchen wir das Glück Hopp, hopp So Stabby, step Und weiter Na komm, ich weiß doch, dass du da bist, Geistchen Komm hier, komm hier Hopp Äh, hopp So Nicht in den Abgrund fallen, genau Hopp, 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 hopp Nein Gut Nein Nein, 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 nein Fuck Balls Och man Ich sack gerade hart Ähm Hopp, hopp Yeah So Komm hier, Ringbitch Oh So, weggesplattert Ähm Ach mein Gott Oh Nice Ich fühl mich Ähm Ich gerade Hart gemobbt Äh Ja Das war's Ich hör mal an der Stelle auf, wenn ihr selber spielen wollt Ich pack das Mountain in die Liste, dann könnt ihr da selber runterladen und zocken Ich hoffe, es hat euch gefallen Danke vielmals fürs Zuschauen Wir sehen uns im nächsten Part Von einem Let's Play Bis dann spürt Schatten Es Ich